Hallo allerseits am Nachmittag des 17. November. Ich bin in Jompien auf der Eventfläche gegenüber vom Jompien Night Market und hier wird aufgebaut für eine Jetski-Veranstaltung am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 20. und 21. November. Es ist die Jetski Pro Tour 2021 Thailand und das ist eine nationale Veranstaltung. Es ist also kein World Cup, keine internationalen Jetskier, sondern rein Thai-Fahrer. Es geht um die Thai-Champions in allen möglichen Klassen hier. Deswegen ist auch alles etwas kleiner als bei den Weltcups, denn da ging die Tribüne bis hier vorne ran an den Bürgersteig. Das ist also eine kleine Tribüne. Außerdem werden ja auch nur Geimpfte dort reingelassen wahrscheinlich. Also braucht man das nicht so riesengroß. Hier wird die ganze Akkreditierung sein und Tickets. Hier nebenan wird dann abgesperrt, der Strand, für das Fahrerlager sozusagen. Hier nach links die ganzen überdachten Zelte. Das wird das Fahrerlager und hauptsächlich aufgebaut im Moment, was ich hier gesehen habe, von der Nevi, Thai Nevi. Dort hinten sieht man auf dem Start-Zielturm werden einige Perversen aufgebaut. Hier der Blick zur Zuschauertribüne und den Start-Bereich. Ja. Und der Himmel natürlich wie fast täglich. Grau. Und irgendwann werden sich die Schleusen auch wieder öffnen. So, hier nochmal das Fahrerlager. Also wie gesagt, 20.21. November am kommenden Wochenende. Freitag, die Thailändische Jetsky-Meisterschaften. Wer Lust darauf hat, kann dann gerne hierher gehen. Es ist ein Tag nach Leukradão. Freitag wird der Leukradão gefeiert. Und ja, das war es kurz hier vom Jomtian Beach als aktuelle Information zu zwei kommenden Events. Freitag Leukraton, Hauptveranstaltung an der Partei Herklang mit einer Bühne. Und dann werden dann die Herrschaft der City Hall auch ihre Kartons zu Wasser lassen. Und dann Samstag, Sonntag hier und das Wochenende drauf schon mal vorab. Die Information, kommt das Feuerwerk-Festival. Ich sag mal, es ist ja alle Jahre das Gleiche, aber es ist immer wieder schön anzusehen. Vardikab, you speak English? Yeah. Saturday, Sunday here? Yeah. And only Thai, ne? Yeah, okay. And you from the Navy? Yeah. Sat-Tahib. Sat-Tahib, okay. What do you need? Nothing. Nothing. What I need, I need much money. Anwar. Okay, enjoy your fruits. Stay up. Ja, das war noch mal kurz ein kleines Statement von den Jungs der Navy. Und damit sag ich Bye-Bye für heute. Das ist genug mit Videos. Ich gehe jetzt übrigens zu einem Treffen der besonderen Art. Aber das ist Privatsache. Muss man nicht erzählen. Also, Bye-Bye. 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 Bye-Bye-Bye. Bye-Bye-Bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017